Jetzt sind wir ja schon alt. Wir müssen unsere eigenen Arzttermine alleine vereinbaren und alleine hingehen. Und bald müssen wir unseren eigenen Haushalt führen und selbst dreimal am Tag kochen. Bei jeder Mahlzeit etwas anderes. Wer hat dieses Konzept entworfen? Eine Schweinerei. So kreativ bin ich nun auch wieder nicht. Ja, aber ich freue mich schon darauf, mir zu Hause auszuziehen und meine eigene Wohnung einzurichten. Aber dazu haben wir noch auch starke Meinungen. Ma Leute, wo seien wir denn bitte 200 Euro oder mehr für einen Teppich? Leider, damit die den Boden nicht berührt. Du, wir seien... Ach so, mit dem Boden. Vor allem nach dem sehr nüchternen Wochenende. Ein Lädchen, eine Madratze und fertig, seien wir. Polster, brauchen wir netter. Wir haben ja auch ein bisschen Spagat umbinden und fertig, seien wir. Oder la lampe, raga, il sole, costa niente. Ma que heizu? Tu esch ein bisschen mehr anlegen, ein bisschen bewegen und finit ein Problem gelöst. Man sagt ja eben, Tiroler, den sich hört, erleichtert. Hem seien wir wohl keine. Wie auch immer. Unser Traumstudium ist nicht Innendesign, wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben. Wir fühlen uns eher zur Finanzbranche hingezogen. Ja, so mit Geld investieren in die wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel... Klopapier. Essen. Und ein bisschen an Wiener. Oder können wir mal über das Privileg des Abo Plus sprechen? Du, es kostet 2,50 Euro pro Fahrt, haslach ins Zentrum. Hau nie gehört. Weil mit dem Auto bist du halt auch nicht billiger dahinter mit der Spritweiße oder weil. Du, ich kauf mir da raus. Weil hell braucht Leih a gross und da gross gibt's überall. Soll wissen wir, wo wir's herkriegen. Aber das Wichtigste zuletzt. Unsere Mama. Was werden wir nur ohne sie tun? Wer sonst macht Fotos von uns im herangezummtesten Modus, den es gibt? Wer soll uns sonst eine halbe Stunde zu früh zum Essen rufen, damit wir den Tisch decken können? Oder wem sonst erklären wir stundenlang die Memes des Monats? Schau Mama, das ist so ein Ziges, wieso du? Warte. Wir. P-O-V, du zeigst einer Mama eine Meme. Wie, das ist ja der Winnie-Poo. Ja, na, so tust du halt alles. Was, mit der Hand, mit dem Gesicht. Matei, hast du das gemacht? Na, na, das hat jemand anders gemacht. Ich kenn den nicht auch. Wie, du kennst den nicht. Das tust du den ganzen Nachmittag. Seid mal, ich weiß schon, warum du auch im Kopf wärst. Matei, Mama. Aber am meisten werde ich es vermissen, keine schon fertig aufgeschnittenen Obststücke zu bekommen. Jetzt müssen wir es alleine kaufen, alleine waschen, alleine aufschneiden und alleine essen. Mama, was tujlai ohne dich? Mama, was tujlai ohne dich?